Musik Wollen Sie jetzt wissen, wer ich bin? Ja, ich bin MacLook. Du bist MacLook. MacLook what? MacLook trifft. Musik Musik Wie liebt Sie das wohl? Menderes, Batschi. Moneyboy. Rickavanian. MacLook gestatten. Deine Fan-Rig, angenehm. MacLook trifft heute den zweitbesten Musikkomponisten Deutschlands nach Stefan Raab. Ralf Siegel, hallo. Ja, das freut mich. Ich bin auch gern mal Zweiter. Wer sind Sie denn? Na, Moderatorin bei Kabel 1, sollten Sie wissen. Ach, natürlich. Jetzt. Ich bitte doch. Die Frau, ähm, äh. Heinzelmann. Was trinken Sie denn? Ich trinke Caipirinha, sehr, wirklich sehr gut gemixt. Darf ich mal probieren? Selbstverständlich. Ja? Ja. She's got the look.